Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei Finanzkrokod. Blutschips für den Ruhestand oder anders gesagt auch Cashflow, Dividendenrendite mit konservativen, großen Unternehmen. Ja, es ist möglich. Ich habe hier mal 15 Unternehmen herausgesucht, mit denen man ein schönes passives Einkommen sich auf die Jahre generieren kann. Ja, perfekt für den Ruhestand. Das sind Unternehmen, die natürlich nicht so stark schwanken wie Grow-Aktien, also wie eine Facebook, wie eine Nvidia, wie eine Samsung SDI, wie eine Steiko und so weiter. Das sind Unternehmen, die schon entabliert sind, die schon sehr lange auf dem Markt sind, die ihren Markt beherrschen, die ihre Dividende seit Jahren anheben. Also perfektes Portfolio quasi für den Ruhestand. Man kann sich hiermit mit diesen Aktien quasi Einkommen kaufen. Ja, schauen wir uns mal diese 15 herausgesuchten Unternehmen an. Der Vorteil, wie gesagt, ist einfach die Volatät. Die Schwankung ist nicht so stark wie bei den anderen Werten. Und ja, schauen wir uns jetzt mal ganz kurz dieses Unternehmen an, welches ich da herausgesucht habe. Ja, perfekt für den Dividenden-Einkommensbasierten Investor. Aber keine Anlagenberatung ist nur meine persönliche Meinung, wie ich das quasi machen würde, wenn ich jetzt vielleicht vom Ruhestand stehen würde oder so. Aber auch die eine oder andere Aktie habe ich auch in meinem Depot für das Einkommen. Also ich sage mal, die Hälfte davon habe ich mindestens im Depot. Das schauen wir uns gleich mal an und dann sage ich auch dazu, ob ich die selber im Depot habe. Aber diese 15 Unternehmen haben etwa, wenn man sich die zusammen anschaut und addiert, insgesamt ungefähr 3,5% Dividenderendite. Und der Wachstum der Dividende beträgt etwa 8-9% jährlich. Das ist natürlich auch sehr, sehr fein. Wir möchten ja über die Inflation gehen, über den Einkommensgehalt erhöhen, ja auch darüber sein. Und ich denke mit 8-9% ist man da auf jeden Fall auf der sicheren Seite und man hat sogar noch Plus. Also man bekommt wirklich Jahr für Jahr immer mehr an Dividenden. So, 3M ist die erste Aktie, die ich hier auf dem Schirm habe. Die zahlt schon seit 63 Jahren die Dividende. Seit 63 Jahren ist er aus der Industrie und hat eine Dividenderendite von fast 3,2%. Ich denke mal, die kennt auch fast jeder. Ich sage, habe ich hier auch schon lange, lange im Depot, 3M. So, dann haben wir Altria. Ja, fürs Rauchen ist der eine andere vielleicht zu haben. Vielleicht auch nicht, das muss man selber für sich entscheiden. Aber Tabak bleibt noch erhalten, wird nicht so schnell verschwinden. In Ländern wie China, Afrika, Indien wird geraucht. Und Mittelschicht kommt da immer mehr. Und zudem löst Altria das Ganze so, weil es immer weniger als Zigaretten verkauft wird. Aber die erhöhen die Preise. Also die Gewinne sind Jahr für Jahr am steigen. Und die Dividende natürlich dann auch. Seit 51 Jahren wird das Ganze schon halt realisiert. Also die Dividende wird seit 51 Jahren, glaube ich, wenn ich das Ganze ein bisschen... Seit 51 Jahren angehoben. Ja, also das ist schon enorm. Dann haben wir ein Unternehmen aus der Gesundheit, also Gesundheitspflege und sowas. Baxter International hat eine etwas kleinere Dividende Rendite von 1,3%. Aber die Ausstellungsquote liegt hier nur bei 40%. Also hier ist auf jeden Fall Potenzial nach oben. Dann haben wir Coca-Cola. Ein, ja, kennt jeder von Warren Buffett. Einer der Lieblingsunternehmen von Warren Buffett, Coca-Cola. Dann haben wir Colgate-Pulmerleaf. Auch ein sehr konservativer Wert, kennen wir auch. Jeder, ich glaube, Colgate, die Zahnpasta oder auch von Palmolive zum Waschen, die Seife, Flüssigseife und so weiter. Also das sind Unternehmen, diese Produkte, die Wert gebraucht im Haushalt und Pflegeprodukte. Also die werden nicht einfach so verschwinden. Und daher zahlt Colgate auch schon 58 Jahre ihre Dividende. Und die wird Jahr für Jahr angehoben. Ja, zurzeit gibt es 2,3% Dividendenrendite. Wir können auch mal schauen, wie hoch jährlicher Zuwachs sehen wir hier auch. In den letzten 10 Jahren 5% angehoben, die Dividende. So, dann haben wir, was haben wir noch? Edison, kennen wir auch wahrscheinlich. Elektrizität, Versorger, auch ein konservativer Wert. Wird schon auch seit 47 Jahren die Dividende angehoben. Sehen wir hier 4,1% Dividendenrendite. Dann Homeworld Foods haben wir auch. Lebensmittel, Marktkapitalisierung etwa 20 Milliarden. Und ja, seit 55 Jahren, Jahr für Jahr auch hier die Dividende. Dann haben wir Johnson & Johnson, eine meiner größten Produktionen in meinem Langfristdepot. Gesundheit, Pharma ist einer der größten Unternehmen hier in diesem Portfolio mit 370 Milliarden Marktkapitalisierung. Hat eine Dividendenrendite von 2,5% und die Dividende wird seit 59 Jahren angehoben. Und die Ausstellungsquote liegt noch extrem im Soll bei 50 bis 60%. Also auch hier ist noch viel Luft nach oben. Dann haben wir Kellogg. Kellogg's kennt jeder. Meine Kinder frühstücken, glaube ich, jeden dritten Tag zum Frühstück Kellogg's. Und ja, ich denke mal, so schnell wird das Unternehmen auch nicht verschwinden. Auch hier wird das Unternehmen seit 16 Jahren die Dividende angehoben. Und seit 35 Jahren zahlen die eine ununterbrochene Dividende, die nicht mehr gesenkt wurde. Ja, auch ein richtig feines Unternehmen, Kellogg, mit einer Dividendenrendite von 3,6%. Dann haben wir wieder einen Versorger, Nordwest aus USA, mit einer Dividendenrendite von fast 4%. Und die Dividende wird schon seit 65 Jahren angehoben, Jahr für Jahr. Und in den letzten 10 Jahren wurde die Dividende um etwa 1% angehoben. Man sieht es hier, ist es schon bei 4%. Das ist schon recht hoch. Das ist also in Ordnung. Dafür ist die Vorgang dann natürlich nicht so stark. Und zudem muss man sagen, diese Unternehmen sind alle nicht extrem hoch bewertet, wie mittlerweile der ganze Markt. Der S&P ist ja fast um die 30% überbewertet, wenn man sich die durchschnittlich anschaut, die Unternehmen. Und das sind Unternehmen, die teilweise unterbewertet sind, aber maximal so, ich sag mal, ein bisschen überbewertet, aber zum größten Teil wirklich fair bewertet, aber auch Unterbewertungen vorzuweisen haben. Das sind natürlich die Unternehmen. Dann haben wir Novartis aus dem Bereich Gesundheit wieder. Und zwar aus der Schweiz mit einer Dividendenrendite von fast 4%. So, dann haben wir PepsiCo, ähnlich wie Coca-Cola. Ein Consumer. Die haben ja, PepsiCo hat mittlerweile nicht nur wie Coca-Cola nur Getränke, sondern auch Snacks, wie Lace, Chips und so weiter. 50 zu 50 ungefähr. Also auch ein Unternehmen, was ich in meinem Langfristdepot habe, zahlen seit 49 Jahren ihre Dividende oder seit 49 Jahren wird die Dividende Jahr für Jahr angehoben, mit derzeit zurzeit einer Dividendenrendite von 2,7%. Dann haben wir einen weiteren Haushalts- und Pflegeproduktunternehmen, ein unzyklisches Konsumunternehmen, das ist Record Bankseer aus Großbritannien mit einer Dividendenrendite von 3%. Dann einer meiner Lieblingsunternehmen, Unilever mit 3,7% Dividendenrendite, habe ich immer wieder nachgekauft. Gehört auch zu meinen größten Unternehmen im Depot. Ausstellungsquote liegt hier zwischen 60 und 80%. Ist in Ordnung. Der Pluspunkt bei Unilever ist, dass hier auch sehr stark in Emerging Markets in Indien, Afrika, China und so weiter, also besonders Indien und Afrika, da sind die sehr, sehr stark und die Mittelschicht kommt ja immer mehr, die Mittelschicht und die Leute möchten sich mehr pflegen, möchten mehr westliche Sachen konsumieren, also wie Eis und so weiter und das bietet ja Unilever an, aber auch AXA, also für Duschgel und die ganzen Sachen. Und da sehe ich auf jeden Fall einen enormen Pluspunkt auch für die Zukunft noch, dass Unilever da weiterhin gewinnbringend an die Leute das Ganze voraussagen kann. Dann haben wir Verizon, ja, Kommunikation, so ähnlich wie AT&T. Ich habe hier mich für Verizon entschieden, weil AT&T wird ja ihre Dividende halbieren. Deswegen ist Verizon hier halt für so ein Einkommensportfolio besser geeignet, für den Ruhestand und so weiter. Die Valorität ist hier nicht so stark und ja, Verizon ein auch stabiler Kommunikationsunternehmen, der seit 17 Jahren die Dividende stets Jahr für Jahr anhebt und die Dividende-Rendite liegt bei 4,6%. So, das waren jetzt 15 Unternehmen, die sich für ein, ich sag mal, Ruhestandsportfolio sehr gut eignen. Aber wie gesagt, das ist keine Anleitung, einfach nur meine persönliche Meinung. Ich habe die meisten von denen auch selber im Depot, also ich sehe immer durch, 3M habe ich im Depot, ITRE im Depot, Coca-Cola im Depot, Johnson & Johnson im Depot, Novartis habe ich im Depot, PepsiCo habe ich im Depot, Unilever habe ich im Depot, also wir sehen, was habe ich jetzt gesagt, 8 Stück, wenn ich mich nicht verzählte, aber die Hälfte davon habe ich selber im Depot und Verizon habe ich auf meiner Watchlist stehen. Vielleicht kommt es auch demnächst nochmal in meinem Depot und Kogata natürlich auch. Die beiden habe ich auf meiner Watchlist noch stehen. Ja, das denke ich mal war es für dieses Video. Also mit diesen Unternehmen kann man sich sehr schönes Einkommen erkaufen. Im Durchschnitt ungefähr haben die 3,5% die Wiendrendite, wie ich eben gesagt habe. Bedeutet also, wenn man 1000 Euro investiert, sag mal insgesamt, ja, muss man schon vielleicht ein bisschen mehr, wenn wir vielleicht 10.000 Euro nehmen und das Ganze dann halt vielleicht auf ein, zwei Jahre mal rechnen, dann legen wir im ersten Jahr bei 350, bei 350 Euro im Jahr bei 10.000 Investments. Dann haben wir, wenn man im zweiten Jahr hat man vielleicht ungefähr 350 Euro, in dem dritten Jahr dann vielleicht schon 390 Euro mit immer dem gleichen Portfolio. Also hier kann man sich wirklich sehr fein ist und ja, man kann damit besser schlafen, würde ich sagen, weil einfach die Schwankungen nicht so stark sind wie bei den anderen Unternehmen. So, jetzt war es aber für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen und hören uns mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.